Hallo meine Lieben und Willkommen zu ESCAPE 2, einem mehr oder minder gutem, keine Ahnung, VARO-Klon. Oh, es geht los. Hallo Edgar. Zehn Sekunden und du weißt den Erdblock ab, den Erdblock. Ja, Erdblock, Erdblock, Erdblock. Okay. Wir sind als Hashtag Neuland bekannt hier im Projekt. Oh, 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 oh. Lauf, 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 lauf. Wir machen das Tronglauf, wir machen das Tronglauf, wir machen das Tronglauf. Also, SDG, wow, du wirst geschildert. Was? Schau dir die verfügbaren Befehle an. Wir laufen erstmal, wir laufen erstmal, wir laufen erstmal. Ah, Gehleks. Egal, wir laufen geradeaus, wir laufen geradeaus. Siehst du mich noch? Nein. Ja. Wo bist du denn langgelaufen? Richtung Wald da hinten. Ja, ich auch. Hä, ich wurde geschlagen und weg war ich. Wie, weg warst du? Bist du tot? Nein. Hä, wo bist du hin? Ja, lauf weiter geradeaus in den Wald. Einfach den Berg entlang geradeaus quasi. Ja, und über dem Fluss. Genau. Ich bin jetzt bei dem Fluss, bei dem Fluss bin ich. Vielleicht sehe ich dich. Aber ich glaube nicht. Siehst du eine Wüste? Eine Wüste? Eine Wüste. Ne. Ja, okay, dann lauf weiter den Fluss entlang, okay? Achso, entlang? Ja, ja, mach mal, mach mal. Damit bist du irgendwann eine Wüste siehst. Eher so links entlang, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Wir müssen uns wiederfinden. Wir müssen uns wiederfinden. Ich habe nämlich den ersten Baum. Alter. Jetzt wird es spannend. Aha. Ah, jetzt sehe ich hier eine Wüste. Okay, das ist gut. Ähm. Ach, verdammt, ich habe ein Schwert falsch gebaut. Das fängt schon mal gut an. Das sind die Skills überhaupt. What the fuck? Ich sehe dich nicht. Ich bin jetzt an der Wüste. Ja, warte, warte, warte. Ich sehe dich, glaube ich, gleich. Oha, time to strike, time to mine. Bist du an der Wüste am Wald? Ja, ja. Äh. Warte, warte, warte. Jetzt kannst du mir ja noch theoretisch deine Koordinaten sagen. Ist ja jetzt, ist ja gerade noch nicht so bedeutsam. Sag mal, was hast du da? Ähm. Für eine, für eine X-Koordinate einfach nur. Äh, 5.782. Okay, okay. Ich komme in deine Richtung. Alles klar, dann hole ich mir auch schon mal Holz. Ja, mach mal. Ich habe hier Kühe, ich habe hier Kühe. Ich haue die Feuer kaputt. Mach das. Okay, jetzt wird es gefährlich langsam. Aha. Also, wenn irgendjemand von uns jetzt natürlich gefunden wird, dann ist es natürlich hart, aber. Puh. Den ersten Halb haben wir überlebt. Leben noch alle. Anscheinend. Ich sehe dich. Du siehst mich? Oder? Hast du gerade was gesehen? Ja, ich sehe deinen Namen. Ich glaube, ich sehe deinen Namen. Ich glaube, ich habe deinen Namen gesehen. Mach mal Shift gerade kurz. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Perfekt. Okay, hier. Hier, ich komme von oben. Ich komme von oben. Oh, okay. Jetzt gehen wir. Ich habe... Nein, nein, nein. Nicht da lang. Nicht da lang. Nicht da lang. Nein. Okay. Ähm. Dann gehe ich hier. Zumindest nicht da unten. Okay. Puh. Okay, jetzt brauchen wir langsam, ähm... Ja, wir müssen eigentlich mehr Essen erstmal holen. Da hinten sind Kühe. Und wir brauchen Holz. Ja, ich habe nur vier Fleisch. Das ist hier zu wenig, ne? Ja. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Wie gehen wir das am besten gleich an? Wir müssen eigentlich gleich schon direkt schnell irgendwie in die Höhle, aber erstmal Essen natürlich holen. Ja, auf jeden Fall. Und da Essen ist... Ich komme, ich komme mich da kurz hinten um die Kühe. Ich habe irgendwas... Ich habe irgendeinen Schlag gehört. Ah, du bist gefallen, ne? Ja, ich bin gefallen. Hast du ein Holzschwert schon? Ja. Okay, gut. Boah, Arschviele Kühe hier. Das ist perfekt. Das ist gut. Ich habe vier Fleisch. Ich hatte vorher elf oder so, aber ich habe natürlich ungebraten gegessen. Wow. Oh, okay. Nicht ein First Blood. Nicht First Blood. Nicht First Blood. Also haben wir unseren... Unser First schon mal geschafft. Ja. Okay, perfekt. Oh, Alter. Das ist richtig. Mein Puls ist auf 800. Ey, meiner ist auf 300, ey. Und das erste Team ist weg, glaube ich. Was? Ich glaube, das erste Team ist weg. Wo bist du in den Wald gegangen etwa? Äh, auf der anderen Seite vom Fluss. Okay, perfekt. Da, wo viele Bäume sind, ne? Ah, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Komm zu dir. Wir gehen in irgendeine Höhle. Wir bauen uns im Untergrund. Hast du genügend Fleisch? 16. Okay, ich habe vier. Das haben wir 20. Das könnte reichen, oder? Ja, und dann so schnell wie möglich braten. Scheiße, Mann. Okay, ja, ähm, warte, wir müssen das irgendwie... Dahinten sind noch ein paar Kühe. Ich würde die noch gerade töten. Wenn wir die noch haben. Ja, dann mach das. Ich kümmere mich hier gerade um Holz. Alter. Okay, ich glaube, wir müssen ab jetzt nicht mehr sprinten. Nein, nein. Oh, Alter. Das ist hart. Sehr hart. Ja, wie mein Penis. In der Tat. Oh, Gott. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach hier direkt in eine Höhle. Wir haben genügend Fleisch, würde ich fast behaupten. Wir müssen die Erde hinsetzen, dass wir dann natürlich waren, würde ich sagen. Mhm. Was war das? Wieso bist du bei mir reingel... Hallo? Du bist weg. Jetzt kann ich wohl nur einer graben. Hast du schon Erde gemacht? Erde habe ich keine. Okay, warte, duck dich mal. Ich habe irgendwie das Gefühl... Du hast gar keine Erde. Nee. Ja. Ich hoffe, das reicht. Das muss reichen. Hast du die genügend gesetzt, dass man... Keine Ahnung hat. Okay, gut. Dann machen wir jetzt nur noch mit ducken, weiterlaufen. Baust du den Crafting Table auf? Ja, mache ich. Okay. So. Oh, ich hoffe, meine Aufnahme ist dann hell genug. Hm. Wichtig ist, dass die Aufnahme funktioniert. Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, okay, ich lade die Aufnahme hoch, egal welche schlechte Qualität sie hat. Weil, einfach nur damit nur... Wir haben Eisen direkt, wir haben Eisen direkt, Eisen direkt, aber noch nicht abbauen, weil... Mach mal Crafting Table gerade. Danke. Und mach gleich mal einen Ofen dann. Stimmt, dann kann ich das braten direkt. Boah, eine, eine, eine Hungerkeule noch, äh. Ich glaube, das dürfte ja, äh... So, hier. Puh. Und immer geduckt, immer geduckt, immer geduckt. Das ist, glaube ich, ganz... So lange es geht, natürlich immer. Okay, wir haben... Also, wir machen Eisenschwerter, weiß ich. Mhm. Äh, warte, ich gebe dir mal noch das gesetzliche Fleisch. Kannst du gleich, hättest du eigentlich gleich da reinpacken können. Ah, komm. Ich glaube, wir haben... Das erste Safe haben wir durch, wir haben genügend Fleisch. Ähm... Rüber gehen zumindest. Ja. Ja, für die erste Zeit, das dürfte eigentlich länger genug reichen. Am Sonntag, wenn wahrscheinlich wenige Leute auf dem Server sind, vier oder so höchsten, ist das parallel drauf. Daraus sind zwei Teams mehr, glaube ich, sind nicht gleichzeitig drauf. Äh... Äh... Was sind das für... Achso. 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 Nicht so viel. Dann... Mach ich mir auch mal eine Spitzhacke. Ich kack, noob. Aber nur eine, weil, ne, so unbegrenzt viel Holz haben wir auch nicht. Ich habe jetzt zwar fast einen Stack, aber das macht eh. Das ist ja nur begrenzt viel. Hm. Was ist denn nochmal time to mine? Ist das, wenn man Eisen gemacht hat? Ähm, wenn du, ähm, ne Spitzhacke machst. Die, die wir haben, ne Steinspitzhacke oder was? Ne, allgemeine Spitzhacke. Oh. Hast du Kohle bei dir? Äh, noch nicht. Noch nicht. Gar nichts. Okay. Äh... Oh, ich glaube, ich sehe hier eine Höhle. Mit Kohle. Mit Kohle. Ich sehe eine Höhle mit Kohle. Nice. Ich brauche das alles ab. Dann kannst du schon mal den, ähm, Ofen abbauen. Du hast ja jetzt eine Spitzhacke, sagtest der. Äh, ich habe, äh... Lass wir nicht vor die Dinge laufen. Ja, sorry. Ja, hier sind wir erstmal safe, so. Gib mir mal die Kohle, dann kann ich schonmal... Warte, warte, warte. Ähm, alter. Puh, ok. Ok, ok, ab hier ist... Also wir haben jetzt Kohle, wir haben Eisen für Eisenschwerter, die wir gleich machen können. Ja. Ich mache gleich noch einen zweiten Ofen. Das ist ja nicht so... Alles klar. Stein haben wir ja genügend, das ist ja nicht das Problem. Mal gucken, ob das, äh, Plugin auch das, äh... Mit dem Autokicken? Äh, ob das auch so funktioniert. Haha. Ähm, danke. Du hast super gut. Ja, ich habe, ich habe mal mitgedacht. Hm. Was kannst du? Äh, wie bitte? Was kannst du? Ja, ich kann, ich kann mitdenken, auch wenn ich hier nicht danach aussehe. Scheiße. So, ähm, hier ist ein bisschen dunkel in dem Gang, ich leuchte mal ein bisschen aus. Hier ist noch mehr Kohle. Aha. Ich guck mal hier oben lang. Ich glaube, wir haben eine Schlucht gefunden. Ja, nice. Oh, Eisen. Ah ne, das war nur ein kleines Loch. Hier ist noch Eisen. Ja, ja, ja. Okay, hier können wir jetzt schon mal ein bisschen, 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 sicherer sein. Mhm. Hier ist noch mehr Eisen. Ich habe jetzt sechs oder so. Baust du gerade ab? Ja. Ja, ja, ja. Warte, ich brauche mal nicht ab gerade. Ne, ich höre sonst nix. Ne. Hier ist Lava. Alles klar. Weißt du, was das einzige ist, was wir nicht haben? Na? Wir haben kein Zuckerrohr. Oh, ja. Ich sehe einen Enderman. Na, Enderman ist ja erstmal nicht so schlimm. Ja, so ein, zwei Enderpellen wären ja nicht schlecht. Ne, aber brauchen wir hier nicht. Würde ich jetzt sagen. Oh, baust du dich. Ach so, bist du ein bisschen tiefer gegangen. Ja, ja. Hier ist Lava, die brauchen wir nicht, ne, eigentlich. Oder? Ich mache jetzt schon mal Schwerter. Ja, wo ist Eisen, meinst du? Mhm. Das ist gut. Die Anspannung ist da. Ach ja, aber gewaltig. Aber also. Hinter dir? Was ist denn? Eisenswert. Eisenswert, danke, danke, danke. Bitte. Puh. Alter. Ich glaube sogar der Spawn war nicht bei 0,0. Ne, unser Spawn war nicht bei 0,0. So, ich habe sämtliches Fleisch habe ich jetzt. Ich mache mal eine Eisenspitzhacke. Dann. Ja, mehr als eine brauchen wir eigentlich nicht. Doch, obwohl, ja, weiß ich noch nicht, muss man halt überlegen. Auf jeden Fall nutze ich die Eisenspitzhacke nur um Erz abzubauen. Ja, ja, ja. Für den Rest ist halt einfach Stein aus, vollkommen ausreichend. Okay, zwei Minuten noch. Ich würde sagen, so bei einer halben Minute, wenn wir da haben, dann kommen wir zu da, wo die Öfen sind hin. Mhm. Da muss ich eh gerade hin, weil ich ein Schwerter bauen muss. Ich darf nicht sprinten. Ähm. 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 Ähm, ähm, ähm. Alter, ey. Hahaha, der hat es raus. Nein. Nein. Doch. Hahaha. Das kann man, also das ist ja schon nicht so geil. Das ist belastend. Oh, ja. Das ist wirklich belastend. Puh. Nice. Dad auch raus. Also bei Dad hätte ich halt, der ist halt schon wirklich so, der hätte ich jetzt gedacht, der macht mehr. Habe ich auch gedacht, aber... Boah, hier ist einfach eine Fledermaus langgeflogen. Hast du das ganze Fleisch? Ich hab das ganze Fleisch. Enderperle? Nein, du hast nicht wirklich gegen den Enderman gekämpft. Natürlich. Ne. Doch. Alter. Äh, kannst du mir Fleisch droppen? Ich hab ein bisschen wirklich Hunger, oder? Genau die Hälfte. Danke. Nimm die Kohle hier mal mit. Ja, ja. Ich bleib auch erstmal hier. Das ist nicht. Ähm. Warte mal. Alter. Achte, Teamkiste ist ohne Schild. Das ist gut. Wie bitte? Teamkiste ist ohne Schild. Das ist gut. Nice. Jetzt ist schon mal. Äh, da hab ich auch noch. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Okay. Äh, halbe Minute. Oh Gott, oh Gott. Wir gehen zum Ofen, wir gehen zum Ofen, wir gehen zum Ofen. Warte Sekunden noch. Sag, wenn du beim Ofen bist, ne? Ja, ich bin, ich bin am Ofen. Okay. Ähm. Alter, was für eine, äh, dramatische erste Folge. Ich würde mich noch einbauen. Eigentlich hätten wir Sachen aus Ofen nehmen können. Naja. Alles klar. Das war die erste Folge von Varo. GG. Darauf mache ich mir den Red Bull auf. Äh, ich hab mir, ich hab grad noch einen Schluck aus meiner Glückstasse genommen. Hast du eine Glückstasse? Ja. So. Ja, erste Folge war gut, fand ich. Ja. Und ich würde sagen, wir sind jetzt bei der nächsten Folge. Genau. Bis dahin und ciao. Tschüss. Tschüss.